Paluten hat auf mich reagiert, dann habe ich jeden Tag ein Video gemacht, damit er mit mir 1 gegen 1 in Minecraft macht. Das war seine Antwort. Oh nein, ich möchte kein 1 gegen 1 Battle. Ich bin kein PvP Pro. Und jetzt hat ein Zuschauer das gleiche getan und jeden Tag ein Video gemacht. Und deswegen kommt jetzt ein 1 gegen 1 gegen 1 Zuschauer. Und da sind wir auch schon auf Landarnia und machen das 1 gegen 1. Let's go! Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah! Ich muss mit dem Sensenmann reden, was? Okay, Runde 2. Oh, oh. Dieses Tag Barrels. Oh, 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 nein. Oh, nein, nein, ich habe in den Barrels geguckt. Egal, ich kann gar nichts mehr machen. Okay, dann kommen wir jetzt zur finalen Runde. Und damit... Ich renne weg, ich renne weg, ich renne weg. Oh, oh, oh. Nein. GG, du hast gewonnen. Yeah, ich bin besser.